Ich bin Thorsten Meier, bin 32 Jahre alt. Ich komme aus Arnswolde. Das ist im Landkreis Stade, der südlichste Punkt. Wir bewirtschaften hier einen Mefi-Betrieb mit 120 Milchkühen und eigener Nachzucht. Im Bereich Ackerbau bewirtschaften wir 100 Hektar, wobei in etwa 50 Prozent Grünland ist und 50 Prozent Ackerland ist. Auf dem Hof sind mein Vater mit, meine Mutter, meine Frau und meine beiden Kinder, Thilo und Jakob. 2012 haben wir uns damit beschäftigt, einen Kälberstall zu bauen und war dann auf der Eurotier. Dort habe ich mir verschiedene Produkte angeguckt und bin zu dem Entschluss gekommen, dass Firma Urban die richtige Firma für mich ist. Die Firma beschäftigt sich nur mit Kälbertränketechnik und das war mir wert, dass sie Augenmerkt auch wirklich in die Kälberaufzucht geht. Also ich mache am meisten nur die Überwachung von diesen Geräten. Das heißt also, wenn der Junior beschäftigt ist, muss ich hier oder soll ich dann auch die Arbeit hier im Kälberstall mitmachen und dann ist es für mich einfacher, wenn ich darauf aufs Display gucken kann und sehe, was Sache ist. Seit Neuestem nutzen wir auch das Figurthermometer der Firma Urban. Dies ist kompatibel mit der Alma Pro. Dann können auffällige Tiere gleich der Temperatur mit abgespeichert werden im Computer, so dass man alle Daten zusammen erfasst hat, ob es Tageszunahmen sind, ob es Temperaturen sind und wie das Tränkeverhalten der Tiere ist. Durch die Alma Pro habe ich wesentlich mehr Arbeitsentlastung. Die Alma Pro übernimmt für mich die komplette Kälbertränke in dem Sinne. Die ersten 14 Tage werden sie bei uns in Einzelhaltung halten und kommen anschließend in die Gruppenbox. Ein Vorteil für die Einzelplatzförderung ist ebenfalls, dass man kein lästiges Alma schleppen muss und die Kälber werden auch gesundheitsmäßig überwacht. Dort ist der größte Vorteil, dass die Kälber drei Tage Biestmilch kriegen und anschließend werden sie jeden Tag mit der gleichen Konzentration und der gleichen Wassertemperatur vom Automaten getränkt, so dass eigentlich keine Anrührfehler passieren können. Die Alma Pro wird über einen Touchscreen bedient. Der ist sehr übersichtlich und auf den Tasten können die Kinder sogar drauf rumdrücken und können feststellen, wenn ein Kalb Anrecht auf Milch hat und können anschließend das Kalb da reintreiben und das Kalb tränken. Ich bin mit den Urbahnprodukten sehr zufrieden. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt definitiv. Die Kälbergesundheit steigert sich und um einfach zu sagen, es läuft einfach. Das ist eine ganze Zeit, die wir uns jetzt abgült. Das war die Kälber. Die Kälber wird durch die Kälber. Das war die Kälber. Die Kälber wird durch die Kälber.